Miss Gilbert? Pearl Harbor. 7. Dezember 1941. Danke, Miss Gilbert. Gern geschehen. Freut mich. Der Fall der Berliner Mauer. 1989. Ich bin gut in Daten, Sir. Ach ja? Wie gut. Ich brauch nur das Ja. Civil Rights Act. 1964. Ermordung John F. Kennedys. 1963. Martin Luther King. 68. Lincoln. 1865. Roe vs. Wade. 1973. Brown vs. Bord. 1954. Die Schlacht von Gettysburg. 1863. Korea-Krieg. Von 1950 bis 53. Ha! Der ging nur bis 52. Einziger, es war wirklich 53. Nachschlagen. Sofort. Na macht schon. Schnell. Es war 1900...